ein hallo und herzliches willkommen hier zu einer weiteren oder unaufzeit zu der ersten folge nämlich zu sehr lang erwartet mit dem speziellen youtuber nämlich mit dem chris und mit dem hoffentlich fleißigen mitarbeiter nicht mit dem kevin ich grüße euch meine freunde jetzt gerade mal vorab ich habe gesagt es werden drei vielleicht werden es auch noch drei mal gucken auf jeden fall von der dritte erst mal wegen sachen nicht gerade auftreten aber das sollte sein jetzt stören hier nämlich würde uns der kevin jetzt mal sagen was wir für den hof nehmen können das wäre nämlich ausgelost habt ihr euch irgendwelche formelieben gemacht auf was er euch spezialisieren würde dann sonst würde ich noch mal gespannt welchen hof ich bekomme ja ja dann macht mal die karte auf macht es nicht zu spannend hier habe ich offen dann macht er mal die kartenübersicht dass ihr seht wem was gehört ja guck dir mal unten rechts auf die karte das hat dieser grüner hof und dieser blau hof ja genau ich würde dem justin den blauen hof überreichen und dem chrissy gaming oder christoph den grünen hof danke okay okay Spaß nee ich kann das natürlich ja sehr froh dass ich kühl machen kann das große ding ist wollen wir das so machen oder was das heißt ich muss in den blauen hof und die in den grünen dann würde ich ja sagen hier nicht lang schnacken los geht's so kevin er hat eine delülein auf dich ab ohne in einem channel so das sehr lange erwartete projekte ach so jetzt haben wir ja noch gar nicht hier aber natürlich zum felder kauf ich würde mir gerne feld 43 da hättest du da auch interesse oder eher weniger ich schaue mir grott ja genau die 43 nope also kein interesse no dann würde ich mich mal mir die direkt kaufen dann würde ich aber auch nichts überlegen ich würde mir auch gerne die 62 verhaufen wo ist denn die rechts von meinem hof aus gesehen oder von unseren höfen da ohne ja das da ja jetzt ein interesse oder nicht ja schon oder 2 60 ja dann nimm du es ansonsten wenn du interesse hast da müssen wir halt und voten wie am meisten geld bietet hier wenn du interesse hast na na nimmle ja 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 hier klaus keller ich weiß nicht die brauche ich eigentlich wie die eigentlich der hellu hier war alles weg gekauft unfassbar die muss ich hier war nicht mehr ich nehme die 25 und die 55 25 wo ist denn ich nehme eine 30 da oben dort dort bei den blauen 24 erfolgt 55 sehe ich aber wo sind die 20 oder wenn ich blende 25 25 25 25 25 ja ach hier ähm nimm die ok ähm ich würde gerne die wiese unter meinem hof nehmen was seine unter meinem hof unter dem blauen jörg und zwar ok so leute haben wir schon uns zusammen und in ihm des 45 45 was ist denn 40 na also gedacht da ist wiese tut man nicht gedacht da ist wiesen das wird so angezeigt das wäre so wie es aber da ist dings oben ich habe einfach nur ein paar wenn der mods mit drauf genommen jetzt mache ich selber alle aus wie die auswahl die aus natürlich leute könnt ihr auch gerne bei mir genauso wie beim chris gerne in die kommentare ein paar vorschläge rein und natürlich ist da liebe justin aka ls profi bei mir unten in der video beschreibung verlinkt könnt ihr gerne bei ihnen einmal vorbeischauen das sehe ich bei uns bei ihnen auf jeden fall weil natürlich leute natürlich könnt ihr den auch genau ausspionieren hrm hrm ui hrm ui hrm ui hrm ne alles gut hier aber ja so auf jeden fall was wollte ich denn ui 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 den ist aber gut hier bist du schon beim vorzeige kaufen? so ich bin kurz mal so meine lieben freunde hat so gerne mal ihre vorschläge in die kommentare was wir als nächstes machen sollen damit ein bisschen mehr geld aufs konto kommt jetzt ist er ja gerade nicht so dass er nicht und ja schreibt ist gern beim ls profi spionieren was er macht und schreibt sonst gern in die kommentare wird und will ich sagen kraft man uns einmal abfahrt für trecher werde krank haben weil das wird er ist links morgen HSL-U-Aufdruck, so Ah, da ist er hier wieder Hast du wieder ein paar Pläne ausgespielt? Vielleicht Leute, natürlich können wir uns auch eine Minute dürfen und stumm jede Folge Falls wir irgendwelche keine Pläne haben So, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll so richtig Ich auch nicht, ich schau mal gut ein paar Fahrzeuge an Das bin ich zum Glück nicht ganz toll Das ist alles zu, das brauche ich eigentlich gar nicht Ich hoffe aber auf jeden Fall den Kurs Ah, ich bin einmal unten bei Melo Jo Servus Moin Ich hätte schon einmal den ersten Auftrag für die aber ich muss glaube ich erst einmal schauen, ob die schon einmal reif sind Jo Ah, die sind noch nicht reif Aber wenn sie reif sind, dann hätte ich einmal das Feld 55 zu ernten und das Feld 25 Okay Okay Passt Gibt da dann Bescheid, sobald sie reif sind Jo, äh, hier wegen... ja gut, machen wir später oder wegen Geld Jo, machen wir dann, oder? Jo Passt Jo 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 Ooh Jo 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 ja das war das war ein guter kauf wenn es vom sound her nicht was schreibt es auch gerne mal in die kommentare so dann würde ich sagen lassen wir den kollegen da mal vorbeiziegen erhält ein reiner das geht in siehe ja das war ein ganz guter kauf von mir auch wieder hat sich hier so ein Profi gekauft ich seh mal wo ist der Wiese hier ach du ach du ich glaub so ein Tracy B war gar nicht so schlecht muss ich gerade sagen hier wenn ich mir die Wege so angucke so 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 so